Ach, Jana hat wieder mal Probleme mit Piet. Reden wir erstmal mit Piet. Freundlich wie immer. Eigentlich war es ein Flusspirat, der mich von hinten niedergeschlagen hat, nicht der Flusspirat. Ja, Piet, tu mich auch. Wo ist Jana denn? Da ist sie. Hallo. Oh, danke gleichfalls. Weißt du was? In der Nähe von Drift, da haben Piet und ich eine Elfe in einem schneeweißen Kleid getroffen. Sie wollte Piet mit seinen Schmerzen den Knien helfen, doch der hat sie mit seinem Gemecker vertrieben. Tja, das ist eben Piet. Aber du hast bestimmt noch viel spannendere Dinge erlebt. Och, ich muss jetzt leider wirklich aufhören zu reden, sonst schimpft Piet wieder mit mir. Wir sind ja überwichtig geworden hier, ich muss schon sagen. So lange wie die Überprüfung der wahren... Ja, mit dem wollten wir eigentlich nicht nochmal reden. Wir wollten eigentlich nur am Piet vorbei. Da ist ein Erzmagier, mit dem können wir auch noch reden. Alte Anlegestelle, Phyllis, Schatz des Wirtes. Ja, das sind ja alles Sachen, die wir fahren. So sollten wir mit dem wollen wir nicht unbedingt reden. Aber die Wirtin hat wirklich was aus der Taverne gemacht, wie man sieht, seitdem wir ja das letzte Mal hier waren. Parkzalon von Stressig, mit dem können wir auch noch reden. Da seid ihr ja wieder. Können wir nochmal über Giros Kiste? Ja. Was ist denn damit? Glaubt ihr, dass Giro ein statt? Ja, Giro? Okay, das hatten wir ja schon. Was verkauft sie denn? Eigentlich auch nichts Interessantes. Okay. Was ist mit dir denn? Ein Flügelhemm sieht lustig aus. Hallo, welch Vergnügen, angehende Helden zu treffen. Ich bin Parzalon von Streitsig. Ah ja, Parzalon von Streitsig und angehende Helden. Ich bin schon ein ordentlicher Held. So groß hier, scheint gut gelaunt. Wie soll ich nicht gut gelaunt sein? Ich komme gerade von erfolgreicher Queste zurück, habe ein gutes Bier getrunken. Was will der Mensch mehr? Eine erfolgreiche Queste? Was denn für eine Queste? Nicht der Rede wert. Ich habe ein magisches Einhorn vor ein paar Orks gerettet. Äh, ja. Wie das? Ich ging so vor mich hin. Da hörten meine geübten Ohren ein verdächtiges Geräusch. Ich drehte mich um und zack. Da sah ich ein Einhorn von sechs hungrigen Orks umringt. Ihre Mägen knoten blutrünstig. In ihren Pranken schwangen sie haushohe Keulen. Wer auch immer damit zählen, hinten in mir rumfuchtel. Der soll es lassen. Äh, wie konnten sie die schwingen? Sie waren eben außergewöhnlich stark, die zehn Orks. War es nicht vorher sechs? Äh, fünf war sehr stark auch. Sie kamen also Keulen schwingend näher. Äh, was habt ihr getan? Und konnte die fliegen? Ja. Ein Held wie ich flieht nicht. Ja, sicher. Äh, aber was habt ihr getan? Ich habe sie eingekreist. Er hat alleine sechs, äh, zehn Orks, äh, alleine? Ein Held wie ich ist so schnell, der kreist auch alleine ein. Super. Äh, beeindruckend. Ich zog den Kreis um die zwanzig Orks immer enger, bis sie keinen Platz mehr hatten und sich gegenseitig totschlugen. Das Einhorn hatte währenddessen in den berühmten magischen Steinkreis fliehen können. Äh, ja, jetzt sind es zwanzig Orks. Äh, äh, was für ein Steinkreis. Ein berühmter Steinkreis im Osten, in dem ab und zu wertvollste magische Gegenstände auftauchen. Der Zweihänder Zyx stammt daher, der mit einem einzigen Schlag einen Riesen tötet. Ah, ja. Äh, kommt dieser Flügelhelm auch von dort? Natürlich kommt auch mein Flügelhelm von dort. Er lässt die Feinde zittern und die Frauen erröten. Als ich das Einhorn antraf, lag im Kreis gerade eine zierliche Fußkette, mit einem Stein in Form eines Blutstropfens. Wer die trägt, ist am Bein unverwundbar. Äh, ja. Zeig her, ich glaube, ich kann... Ich habe sie natürlich liegen lassen. Es wäre nicht höflich, dem Einhorn gegenüber gewesen, Beute einzustecken. Als ob das das Einhorn kümmern würde. Äh, aber wir sagen trotzdem, eine schöne Geschichte. Okay, wo soll der sein? Hallo, da seid ihr ja wieder. Möchtet ihr meine Geschichte noch einmal... Wie soll ich nicht gut gelaunt sein? Ja, ja. Nicht der Rede wert. Ich ging so vor mich hin. Sie kamen also keulenschwingend. Ich habe sie eingel... Ich zog den Kreis um die 20 Orks immer enger, bis sie... Okay, der erzählt uns nur Mist. Gucken wir mal kurz auf die Karte von hier. Also darum müssen wir, wenn wir zu Phyllis... zu all diesen Orten wollen. Aber jetzt gehen wir erst einmal... Hier ist jemand rausgekommen, aber selber rein können wir nicht. Mit dem Erzmagier würde ich gerne noch sprechen. Fangen wir noch mal von vorne an. Wie also heißt euer Schiff? Ein Schiff? Damit kann ich leider nicht die Nigung erfahren. Aber vielleicht mal für... Hallo. Oh, Nottel, na endlich. Oh, Fütter. Ich dachte, du wärst mein Lehrling. Na so? Irgendwo hier kommt mir der Kerl bekannt vor. Gibt es ein Problem, kann ich helfen? Dieser Mann stand plötzlich mit einem Haufen Kisten am Hafen herum. Er sagt, er sei eine Spektabilität. Also versuchen wir, möglichst respektvoll zu sein. Also er ist eine Berühmtheit. Aber immer, wenn man ihn was fragt, erzählt er in einem Fort nur von diesem Nottel. Wahrscheinlich gibt es den gar nicht wirklich. Ich glaube doch, den gibt es. Der Name sagt mir was. Das ist eine interessante Theorie. Seid ihr etwa auch vertraut mit Galottas Kommentar zur Philosophie? Das ist eine gute Anspielung darauf, dass alle Charaktere in dem Spiel ja eigentlich von den Entwicklern erfunden wurden. Außer ich natürlich. Ich wurde von mir selber erfunden. Ja, klingt komisch. Aber ja. Er spielt sich hier darauf an, dass die tatsächliche Existenz unserer dritten Sphäre von manchen Gehörten angezweifelt wird. Magico Ducuano. Ganz recht. Auch Galotta spricht in seiner Abranthung davon, dass Dero und der Kosmos eigentlich nur als Idee existieren und daher auch jederzeit verändert werden könnten. Der Endstücke. Nicht wahr? Der Kollege meinte damals, dass es die Götter sind, die unsere Welt träumen. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich es nicht auch selbst sein könnte. Interessante Vorstellung, Feli. Oh Gott, es sieht aus mit Magiekram voll. Übrigens, deinen Namen erfahren. Man möchte ja schon gern wissen, wie man sich gegebenenfalls für alles einbildet. Nicht wahr? Ich fühle mich jetzt mal nicht beleidigt. Mein Name ist Wenowir. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Vielleicht kannst du ja für mich noch mal schauen. Richte ihm doch bitte aus, dass ich ihn dringend hier brauche. Du bist genauso zerstreut. Und wo könnt ihr noch sein? Ich hatte ihm von diesen alten Hexensteinen dort oben erzählt. Sehr mächtig. Gut geeignet für Sphärenwanderungen und Blutmagie und sowas. Hm? Hm? Ah ja. Etwa diesen Steinkreis im Nordosten? Hab ich mir mal angesehen. Sah unheimlich aus. Also vor dem Steinkreis hat auch der da hinten mit dem Flügelhimmel. Ja. Sowas interessiert junge Leute natürlich. Kein Wunder, dass Nottel schon so lange weg ist. Ja, ja. Na, ganz toll. Äh, ich wollte noch etwas fragen. Wollte ich das? Fragen sind der Schlüssel zur Weisheit. Was willst du wissen? Äh, wer seid ihr? Also, äh, ich bin Spektabilität Raccorium Montagone. Äh, ja, ja. Das ist das. Ah ja. Was ist das für Zeug? Äh, das? Nun, der, äh, Reiseprogramm. Und die, äh, 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 anderen Sachen natürlich. Äh, fragt Besten Nottel, der hat das eingepackt. Äh, super. Äh, keine Fragen mehr. Wer ein Meister werden will, darf nie aufhören zu... Das kann nur der sein. Den werden wir in Drackensang 1 wieder treffen. Oder so, dass er da etwas anders aussieht. Aber jetzt erst mal in die Zollfläste wieder mal rein. Und dieses mal hoffentlich ohne, dass uns die Zöllner an den Kragen wollen. Wer hustet hier? Feldwebel Steiner. Äh, warum muss ich jetzt an Final Fantasy denken? Okay, da oben steht der Kommandant. Aber erst mal bin ich in dem Feldwebel. Feldwebel. Was sehe ich denn da, Korporal? Eure Männer üben ja gar nicht. Wie sollen sich gefährlichst ins Zeug legen? Oder soll die Festung ja nochmal überrannt werden? Jawoll, Herr Feldwebel. Ich werde Ihnen beide machen. Leute, ihr nassen Säcke, hoch das Schwert und weiterkämpfen. Zack, 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 zack. Hallo, Feldwebel. Von Draht zum Gruß. Wenn ihr an eurem Kampfstil arbeiten wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Oh ja, das würden wir gerne. Leere, was kannst du uns denn beibringen? Offensiver Kampf, defensiver Kampf, Lademeister haben wir schon. Ausdauer könnte ich ja lernen. Habe ich genug Steigerungspunkte? Ja, hätte ich eigentlich. Okay, das werde ich mal lernen. Gut. Kuano. Kann Kuano hier was Tolles lernen? Nicht wirklich. Bewuchtschlag hat er nicht genug Körperkraft. Defensiv ins Kampfstil hat er bereits gelernt. Nö, eigentlich nicht. Was? Wollten wir vor Grimm den Befreiungsschlag? Dann bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob wir ihm den Befreiungsschlag beibringen wollten. Deswegen gucken wir mal kurz nach. Ja genau, den Befreiungsschlag wollten wir vor Grimm beibringen. Ja, und zwar vor Grimm den Befreiungsschlag Fähigkeit lernen. Gut, dankeschön. Danke vor Grimm den ja gleich hier unten rein tun. Und dann fragen wir ihn mal aus. Ich würde euch gerne etwas fragen. Na gut, aber macht es kurz. Ich bin kein Freund langer Worte. Was wollt ihr wissen? Nur wer ihr seid. Ich bin Feldwebel Steiner. Waffenmeister dieser Festung. Ich stelle sicher, dass dieser Wappenrock hier nur noch von Soldaten getragen wird, die den Namen auch verdienen. War ja nicht immer so hier. Ist auf jeden Fall besser als der Vorgänger, der Feigling. Nein, danke. Wollt ihr nur was sagen oder nicht? Nein, im Augenblick nicht. Wir haben genug gelernt. Reden wir jetzt lieber mit dem Kommandanten. Dem Neuen. Der zum Glück um einiges magerer ist als sein Vorgänger. Hallo. Habt ihr euch verlaufen, Reisender? Die Zollangelegenheiten erledigen meine Männer unten am Anleger. Äh, du wolltest uns eigentlich sprechen. Am Anleger sagte man mir, ihr wünscht die Mannschaft der Talachia zu sprechen. Wir sind eigentlich nicht die Mannschaft, aber gut. Ah, ihr habt also die Zollfeste gesäubert. Als Offizier finde ich euer Vorgehen bedenklich, aber Graf Grovin lässt euch seinen Dank aussprechen. Darf ich einen Vorschlag machen? Äh, was für einen? Worum geht das? Es geht um die Aktivitäten der Flusspiraten. Diese müssen unterbunden werden. Ich bin befugt, für jeden Piraten ein Kopfgeld auszuzahlen. Ihr wäret bestens für diese Aufgabe geeignet. Äh, Kopfgeldjagd. Klingt gar nicht mal so schlecht. Und wie stellt ihr euch das vor? Soll ich alle Flusspiraten kippen und euch abliefern? Dies wäre wünschenswert. Aber für den Dienst, den ihr uns erwiesen habt, bin ich bereit, auf euren guten Namen zu vertrauen. Bringt mir einfach die Embleme der Piraten. Für jedes silberne Emblem bekommt ihr fünf Silbertaler. Die Anführer der Piraten sollen Embleme aus purem Gold besitzen. Dafür würde es dann eine besondere Belohnung geben. Okay. Es geht um das Kopfgeld. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lasst mal sehen. Ich habe hier ein silbernes Emblem. Nun gut. Immerhin ein Pirat weniger. Okay. Danke. Ich gehe dann wieder Piraten. Nein, einen Moment noch. Ich hätte da noch eine besondere Anfrage an euch. Ja, was denn? Worum geht es denn? Das hier muss vertraulich bleiben. Eine gewisse Lucia erzählte mir von eurer Hilfsbereitschaft und eurem Feingefühl. Ihr scheint genau richtig für diesen heiklen Auftrag. Äh, ist das die Wirtin? Mein Neffe Helmbrecht, der nutzlose Bengel, verweigert seine Pflichten als Soldat. Glaubt, dass für ihn keine Regeln gelten. Stattdessen liest er die ganze Zeit in seinem Buch herum. Ah ja. Leider sind seine Eltern von Adel und ich kann ihn nicht disziplinieren wie einen gewöhnlichen Soldaten. Ihr müsst mir daher dieses Buch bringen, damit das aufhört. Ihr werdet schon einen Weg finden. Toll. Er hält sich für gewöhnlich irgendwo am Flussufer auf. Träumt da vor sich hin. Das böse Buch. Ja, toll. Äh, okay. Darf ich euch... Kann ich noch was fragen? Habt ihr es diesem Nichtsnutz abnehmen können? Nein, ich habe es noch nicht. Nicht zu zimperlich mit dem Jungen. Nehmt ihm das Buch ab und bringt es zu mir. Noch Fragen? Ich dachte, wir sollten mit Feingefühl reingehen, aber fragen wir ihn noch etwas weiter. Nun gut, aber haltet es kurz. Äh, wer seid ihr bitte? Ich bin Anwart von Hasingen. Offizier im Dienst der Grafe Grobins zu Ferdoc und neuer Kommandant der Zollfeste. Ah ja, das klingt schon mal gut. Er ist vom Grafen persönlich eingestellt worden. Ähm... Und wie kommt es, dass ihr hier seid? Ein schlechtes Gefühl, deswegen. Das ist immer noch eine traurige Geschichte. Wenn der Verlobte von einem Krakenweich gefressen wird. Äh, aber keine Fragen mehr. Nein, nichts mehr im Augenblick. Es ist sicherlich schwer, dem Jungen das Buch unerfällig abzunehmen. Aber eigentlich tut es mir leid. Dass auf diesem Drill hier keine Lust hat, zahlt doch von einem gesunden Verstand. Hm. Dem Knaben kann es nicht schaden, wenn man ihn an seine Pflichten erinnert. Nicht, dass später aus ihm auch noch so ein Leichtfuß wird wie du. Okay, Fange und Kranus streiten sich wieder drüber.